Hossa Internet, Metal Gear Survive hat keinen guten Stand. In den letzten Tagen hat es vor allem durchwachsene Testwertungen gesammelt und seit der Ankündigung ist die Resonanz aus der Spielerschaft geradezu mies und jetzt kommt schon die nächste Klatsche und die kommt überraschenderweise von innerhalb des Spiels. Aufmerksame User auf Reddit haben nämlich gemerkt, dass es da in einer Zwischensequenz eine versteckte und ziemlich freche Botschaft gibt. Wenn man nämlich ganz am Anfang sich einen Charakter erstellt, läuft da eine Zwischensequenz, in der ein Clipboard zu sehen ist. Darauf sind Soldatennamen aufgelistet. Wenn man diese Soldatennamen, die Anfangsbuchstaben der Nachnamen von oben nach unten liest, dann ergibt sich da der Satz KJP Forever, also Kojima Productions Forever, aber es wird noch besser. Darunter sind nämlich noch die Soldatennamen Bastard, Yota und Cunning Yuji aufgelistet und das sind zufälligerweise auch die Namen des Directors Yota Tsutsu Misaki und von Producer Yuji Korekado. Ob diese beiden Chefentwickler das Ganze selbst ironisch gemacht haben und in den Spaß eingeweiht sind oder ob sich hier ein mies gelaunter Mitarbeiter verewigt hat, das ist nicht überliefert. Metal Gear Survive ist seit vergangenen der Woche für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und wird vor allem für dreiste Mikrotransaktionen kritisiert. Er sieht nicht gut aus für H1Z1, den inzwischen umbenannten Battle-Royale-Ableger des einstigen Zombie-Survival-Spiels, denn das hat im letzten halben Jahr über 90 Prozent seiner Spielerschaft verloren. Von einem halben Jahr wollten noch 150.000 Spieler gleichzeitig ins Gefecht ziehen, jetzt schwanken die Spielerzahlen im Bestfall zwischen 14.000 und im schlechtesten zwischen 10.000 Spielern gleichzeitig, also kein Vergleich zur Situation von vor einem halben Jahr. Es scheint also so, als wären die aktuellen Platzhirsche PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite meilenweit weggezogen. H1Z1 war ursprünglich ein Zombie-Survival-Spiel, hat dann einen Ableger namens King of the Kill bekommen, dann haben sich die Entwickler von Daybreak Studios aber dazu entschieden, das Ganze umzubenennen. Das heißt, H1Z1 King of the Kill wurde umbenannt, in nur noch H1Z1 und das bisherige H1Z1 wurde umbenannt, in H1Z1 Just Survive. Den Spielerzahlen gut getan hat diese Umbenennung, aber ganz offensichtlich nicht. Der Hypetrain zum nächsten Battlefield-Spiel rollt so langsam an, denn jetzt wird auch der erste Trailer zum Spiel produzieren. Das hat jedenfalls Randy Evans, der als Media Director bei DICE arbeitet, getweetet. Was übrigens nicht heißt, dass dieser Trailer jetzt in den nächsten Tagen sofort veröffentlicht werden soll. Immerhin ist die Produktion von einem Spiele-Trailer ganz schön aufwendig. Und wir wissen ja bereits, dass das Spiel zur EA Play im Juni offiziell groß vorgestellt werden soll. Bei Battlefield 1 war es so, dass es in den Tagen vorher erste Teaser gab und dann zum EA Play Event den großen Gameplay-Blowout. Mehr zu Battlefield von 2018 ist momentan noch gar nicht bekannt. Das Spiel hat keinen Namen. Gerüchte sprechen aber davon, dass es diesmal zurück in den Zweiten Weltkrieg geht. Das war es heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.